Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem MindManager-Webinar, die Diagrammtypen in MindManager, Überblick und Anwendungsfälle. Mein Name ist Jan Heger, ich darf Ihnen das heutige Webinar präsentieren. An meiner Seite sitzt Dr. Steven Beschford, der mich unterstützt, gerade was auch die Fragen angeht. Das heißt, er wird immer die Fragen adressieren bzw. auch beantworten. Und die Moderation übernehmen. Vielen Dank Jan, einen wunderschönen guten Morgen und ich muss gar nicht viel moderieren, weil ich glaube, du hast das ganz gut im Griff. Okay, danke. So, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier zuzuschalten. So, dann springe ich gleich schon in meine nächste Map. Das ist meine bekannte, mehr oder weniger bekannte Intro-Map. Möchte ich Ihnen erstmal einen kurzen Überblick über den Inhalt heute geben. Ich möchte Ihnen als erstes mal Übersicht, Layout und Objekte vorstellen. Was haben wir denn da überhaupt an Möglichkeiten und wie sieht die Kombination davon aus? Dann möchte ich mich kurz noch eben den neuen Objekten freie bzw. Hintergrundobjekten zuwenden. Die sind ja neu mit MindManager 2018 auch gekommen, um das nochmal ein bisschen hervorzuheben, was wir da alles an Objekten haben. Dann wird es einige Beispiele geben, damit man eben nochmal sieht, was ist denn überhaupt ein MindMap-Diagramm oder ein Organigramm, Zeitachse und so weiter. Und dabei wird es auch zwei Beispiele geben, die ich Ihnen nicht weitergeben kann, weil wir da halt einfach nicht die kompletten Rechte haben, diese Maps zu teilen. Das eine ist eine Cockpit-Map, die hat man vielleicht schon mal gesehen bei unserem letzten Spot-On in Aachen. Und auch ein Kundenbeispiel eines Navigations-Dashboards, das bei den Kunden eingesetzt wird, um eben dort das Internet bzw. SharePoint da schnell sich durchzunavigieren. Es wird auch danach eine Demonstration geben. Da werde ich mir eben ja Diagramme aufbauen, einmal so eine zweimal zweite Matrix. Dann werde ich nochmal die Kombination zwischen diesen freien Objekten und Layouts adressieren und dann auch verschiedene Layouts eben miteinander kombinieren. Und abschließend wenden wir uns dann nochmal ein paar Tipps zu, die ich Ihnen herausgeschrieben habe, das ist zusammenfassend. Das ist das, was ich vorhabe. Und jetzt fangen wir auch direkt an. Übersicht, Layout und Objekte. Sie sehen, ich habe hier die nächste Map schon gleich verlinkt. Das heißt, nicht verlinkt, sondern angehängt. Das heißt, ich öffne jetzt hier den Dateianhang. Und so sieht das aus. Wir sprechen hier intern auch hin und wieder mal sogar von Folien, weil es eben so diesen Folieneindruck hat. Und hier sehen Sie eben, dass MindManager Ihnen mehr bietet als nur die klassische MindMap. Nämlich natürlich die MindMap als solches, aber auch solche Organigrammstrukturen. Es ist auch ein Gantt- und Ressourcendiagramm hier integriert. Das sehen Sie jetzt hier nicht. Aber auch solche Flussdiagramme sind möglich. Matrizen kann man eben erstellen. Auch Canvas-Boards. Schwimmband-Diagramme, Concept-Maps, Zeitachsen. Auch die sind hier möglich. Und Kreisdiagramme, also Van- oder Zwiebeldiagramme. Das hier sind übrigens keine Bilder, sondern das ist eben eine Map. Das heißt, hier kann ich beispielsweise auch einen Unterzweig hinzufügen. Sie sehen das hier an dieser Stelle. Oder auch meine Schwimmbaren ganz einfach ergänzen, indem ich hier noch einen weiteren Zweig oder Knoten hier hinzufüge. Das sind alles eben Objekte. Hier gibt es kein Bild in dieser Map. Und das bringt mich nämlich auch schon dahin, dass wir natürlich nicht nur die Layouts, die Sie vielleicht kennen, mit eben hier der MindMap oder Organigramm eben darstellen, sondern wir haben mit der MindManger-Version 2018 eben diese Hintergrundobjekte hier hinzugefügt. Und hier sehen Sie beispielsweise das Van-Diagramm. Das ist ein solches Hintergrundobjekt, ein Kreisobjekt. Und die Kombination dieser verschiedenen Diagrammtypen bzw. die verschiedenen Layouts und Objekte erlaubt es Ihnen, eine Vielzahl an Diagrammen eben zu erstellen. Und das macht auch MindManger so ein bisschen einzigartig. Sie können all diese Diagrammtypen, die Sie hier oben aufgelistet haben, eben in einer Datei kombinieren, bedarfsgerecht so kombinieren, wie Sie sie brauchen. Plus weitere Funktionalität, auch Perspektivenwechsel durch verschiedene Sichtweisen oder auch eben ein Gant-Diagramm in einem Flussdiagramm oder einem Schwimmbahndiagramm sich anzeigen lassen. Es schließt gerade wieder diese Map. Die möchte ich auch nicht speichern, die Änderungen. Und möchte mich jetzt noch kurz diesen Objekten nochmal separat zuwenden in der nächsten Map. Eben diese freien Objekte, freien Hintergrundobjekte. Die finden Sie im Menü Einfügen. Ich mache es mal kurz mal auf. Hier finden Sie eben die Objekte. Da kennen Sie schon aus früheren Versionen eben die Verbindung, Zweigverbindung, Zweigumrandung. Was jetzt in MindManger 2018 hinzugekommen sind, das sind hier eben diese Formen. Auch freie Bilder. Also Sie können Bilder frei platzieren, ein freies Textfeld oder auch Schwimmbahndiagramme. Und diese Objekte befinden sich im Hintergrund. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise ein solches Objekt einfach mal etwas verschiebe oder ich kann es natürlich auch größer ziehen, wenn ich hier mit meiner Maus draufgehe. Sie sehen, diese Objekte können sich überlagern. Man kann hier mit Transparenzen arbeiten, aber eine Zweigstruktur ist immer entsprechend dahinter. Das wollte ich jetzt nicht diesen Zweig machen, sondern ich wollte jetzt hier dazwischen noch so einen Unterzweig machen. Sie sehen, die Zweige sind sozusagen immer über diesen Objekten. Diese freien Objekte oder Hintergrundobjekte, die sind nicht nur Formen, also Rechtecke oder Kreisformen, sondern es sind eben auch Linien. Es sind eben hier diese freien Bilder, die ich jetzt hier frei verschieben kann, so wie ich sie haben möchte. Solche Textboxen, das ist sehr gut, wenn es um Schwimmbahndiagramme geht. Und das bringt mich auch schon zu dem nächsten Objekt, Schwimmbahnen. Das war in früheren Mindmanager-Versionen immer so ein bisschen, ja, ein kleiner Schmerz, Schwimmbahndiagramme zu erstellen. Da musste man mit Verbindungslinien arbeiten, die man zwischen verschiedenen Zweigobjekten angelegt hat. Jetzt ist das sehr viel einfacher geworden. Ich möchte kurz hier mit einem Rechtsklick dieses Schwimmbahnenobjekt kurz mal zeigen. Ich kann hier mit Transparenzen arbeiten. Ich kann hier das Objekt an sich selbst formatieren. Jetzt ist das hier natürlich auf meinem anderen Bildschirm aufgegangen. Schieben wir das mal hier rüber. Hier kann ich Farben, Linienstärke, Linienmuster, Füllfarben oder auch die Geometrie eben festlegen. Ich kann hier auch nochmal die Anzahl an Bahnen verändern. Oder aber das kann ich auch sehr schön eben mit einem Rechtsklick machen. Hier habe ich es auch im Kontextmenü und kann jetzt hier zum Beispiel auf vier Bahnen auch umschalten. Diese Map machen wir auch wieder zu. Jetzt kommen wir uns noch ein paar andere Beispiele an. Das waren jetzt die Objekte. Jetzt kommen wir nochmal zu den Layouts. Layouts oder Vorlagen finden Sie ja auch im Menü Datei. Neu, das ist ja hier die Startseite mit den Vorlagen. Hier finden Sie zum Beispiel die Mindmap, die rechts ausgerichtete Map, Baumorganigramm, Flussdiagramm, Konzept, Zeitachse oder Kreisdiagramm. Es lohnt sich auch immer nochmal hier in die lokalen Vorlagen hineinzuschauen. Kreisdiagramme finden wir hier noch ein paar mehr. Ich mache mal kurz die Strategieplanung auf. Auch das ist in Mindmanager 2018 entsprechend da. Und hier finde ich eben diese Matrizen, die SWOT-Analyse beispielsweise, Geschäftsmodell, Businessmodell, Canvas. Auch das ist da. Oder hier andere 2x2-Matrizen. Schauen wir uns kurz nochmal da einige Beispiele dazu an. Das heißt, hier gehe ich jetzt wieder zurück in meine Map. Als erstes mal die klassische Mindmap möchte ich Ihnen zeigen. Auch die habe ich hier angehängt. Machen wir sie kurz auf. Und hier haben wir schon eben auch wieder ein Hintergrundobjekt, eben die Textbox, damit wir eben hier adressieren können, dass Mindmanager basiert auf der sogenannten Mindmapping-Methode. Eine Map ist eine Informationslandkarte und hier sind eben die Mindmapping-Regeln kurz adressiert. Das Schöne an der Mindmapping-Methode oder an der Visualisierung von Information ist eben, dass sich Zusammenhänge sehr schnell eben ergeben. Sie sehen das hier durch diese Zweigstruktur. Je tiefer ich mich verzweige, desto mehr komme ich ins Detail hinein. Und wenn ich eben eine solche Mindmap durch grafische Elemente wie Bilder, Farben, Symbole, verschiedene Schriftgrößen und so weiter noch anreichere, dann hilft mir das, diese komplexen Inhalte häufig sehr leicht zu verstehen. Und das demonstriere ich hier auch an dieser Map sehr gerne. Denn Mindmanager bietet Ihnen ja nicht nur verschiedene Layouts und Objekte. Mindmanager bietet Ihnen auch noch Sichtweisen. Und eine Sichtweise ist eben hier sehr schön. Das ist die sogenannte Gliederungsansicht. Das heißt, hier habe ich jetzt die Map-Ansicht und jetzt schalte ich hier um, hier unten in meiner Statusleiste, einfach mal auf die Gliederungsansicht. Die Inhalte dieser Map werden jetzt eben in einer Gliederung dargestellt. Und so würde das beispielsweise aussehen, wenn ich es in Word darstellen würde. Einfach die Schlüsselwörter untereinander strukturiert, auch in eine gewisse Hierarchie reingeschrieben, im Uhrzeigersinn, radial um das Hauptthema. So sieht das eben in einer Gliederungsansicht aus. Sie selbst können jetzt eben entscheiden, was ist einprägsamer, die Map-Ansicht oder die Gliederungsansicht. Darum geht es also um bei der Informationsvisualisierung. Und Diagramme sind ja einfach Visualisierungen von bestimmten Informationen, Daten, Inhalten, eben gemäß einer bestimmten Logik. So, die Mindmap machen wir zu. Schauen wir uns nochmal kurz so ein Organigramm an, auch hier noch an dieser Stelle. Das ist das Organigramm. Hier fängt es im Prinzip an. Das ist das Hauptthema und von da aus verzweigt es sich immer weiter. Hier habe ich mal eine Vorlage gebaut. Sie sehen, überall ist nur Name, Titel, Abteilung drin. Ich möchte aber kurz noch auf etwas anderes hinausgehen. Dieses Organigramm enthält ja hier noch weitere Informationen, zum Beispiel, wo eine Person eben platziert ist. Hier in dem Fall in Deutschland. Das sind eben Icons, das sind Symbole, die eben eine bestimmte Bedeutung hat. Hier eben der Standort Schweiz oder auch Schweden oder eben Großbritannien beziehungsweise England. Und eine mögliche Art ist auch, in diesen Diagrammen damit zu arbeiten. Das ist zum Beispiel das Filtern. Und wenn ich jetzt mal sehen möchte, nur alle Mitarbeiter oder alle Personen, die in Großbritannien, in England platziert sind, kann ich das eben sehr schön machen. Rechter Mausklick auf das entsprechende Symbol. Ich könnte das hier auch jetzt ändern, dieses Symbol. Oder aber eben schnell Filterzweige mit dieser Markierung anzeigen. Und das ist das Verhalten. Dass mir eben jetzt nur noch diese entsprechenden Personen, beziehungsweise die entsprechenden Zweige mit dieser Markierung eben angezeigt werden. Ich entferne noch mal kurz diesen Filter. An dieser Stelle, denn mit MindManager2018 haben wir noch etwas anderes gemacht. Gehen wir kurz noch mal darauf ein. Schnellfilter, Filteroptionen anpassen. So, jetzt kommt hier mein Optionsfenster. Und nicht übereinstimmende Zweige abblenden. Das ist jetzt eben die neue Option an dieser Stelle. Und jetzt filter ich das noch mal. Also rechter Mausklick, Schnellfilter, Zweige mit dieser Markierung anpassen. Und jetzt bleibt mir die Struktur an sich erhalten. Aber eben die nicht übereinstimmenden Zweige werden abgeblendet. Und die übereinstimmenden Zweige, die werden entsprechend noch dargestellt. Jan, hier ist eine Frage. Woher kommen die Länder-Icons? Die Länder-Icons habe ich hier hinzugefügt. Selbst, die haben wir entsprechend von anderen Maps irgendwann mal bekommen, beziehungsweise uns selbst erstellt. Sie bekommen ja auch diese Map und da haben Sie auch die entsprechenden Länder-Icons. Also die Symbole. Technisch gesehen handelt es sich um ICO-Dateien. Und kann man jedes Bild eben konvertieren. Gibt es auch Online-Converter. Und da können Sie jedes Bild zu Symbolen machen und sie auch in der Symbolbibliothek hinzufügen. Aber diese Map bekommen Sie und da sind Sie auch drin. Und das können Sie dann auch entsprechend nutzen. So, Filter entfernen wir. Muss ein bisschen Gas geben. Ich habe schon wieder viel zu viel gesprochen. Ich möchte Ihnen nämlich noch ein paar andere Sachen zeigen. Die Zeitachse, das ist ein Beispiel. Das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Hier eine vertikale Zeitachse dargestellt. Also Layout-Zeitachse oder Vorlage-Zeitachse. Und dann ist eben die Zeitachse normalerweise eben horizontal dargestellt. Ich habe es hier umgestellt auf das Layout vertikal. Und das ist hier unsere Agenda für unser Spot-on, was wir hatten am 5. Juni. Jetzt zeige ich Ihnen hier an dieser Stelle gleich nochmal, wie man das Layout umstellen kann. Ich klicke mir das Hauptthema an. Da ist es. Rechter Mausklick. Rechter Mausklick. Und dann gibt es hier schon das Kontextmenü. Achtung, dieser Bereich hier kann auch mal je, kann auch unter Umständen unter dem Zweig-Kontextmenü stehen. Aber hier sehen Sie schon den Button Layout. Und hier kann ich es jetzt auch nochmal auf die horizontale Zeitachse umstellen. Und so würde das auf der horizontalen Zeitachse stehen. Das mache ich jetzt rückgängig. Und jetzt habe ich wieder die vertikale Zeitachse. So. Flussdiagramm. Jetzt kommen wir mal zu Kundenbeispielen. Das möchte ich Ihnen auch zeigen. Das ist nämlich hier eigentlich kein Flussdiagramm, sondern es ist eine Swimlane. Hier sehen Sie eben einen Prozess, einen Swimlane-Prozess, der da ist. Und hier ist auch schon die Kombination da. Das ist der Prozess. Hier kann ich auch im Zweifelsfall nochmal ganz einfach einen neuen Knoten hier hinzufügen. Aber die Definition der einzelnen Prozessschritte, die es hier gibt, das ist hier auf der entsprechend rechten Seite in dieser Map in so einer Zweigstruktur dargestellt. Und man kann eben diese verschiedenen Layouts, hier haben wir das Mindmap-Layout. Ich zoome mal ein bisschen raus. Das ist die klassische Mindmap an dieser Stelle. Und hier haben wir das Flussdiagramm. Diese Zweige kann man dann wiederum miteinander verknüpfen. Und wenn ich jetzt hier diesen Link folge, das ist ein Link auf einen Zweig in dieser Map, dann wird hier der entsprechende Zweig hier angesprungen. Und hier gibt es eben noch die Notiz dazu. Und hier sehen Sie schon eben die Definition dieses Prozessschrittes HOL2, der hier entsprechend dargestellt ist. Das Ganze kann ich natürlich auch über Datei exportieren in HTML5 exportieren und kann es dann zum Beispiel in ein Intranet entsprechend einbinden, sodass es ein wirklich lebendes Dokument wird. Ursprünglich war das ein Word-Dokument, irgendwas zwischen 50 und 60 Seiten. Sie können sich selbst vorstellen, wenn Sie 50, 60 Seiten lesen müssen, dann ist das relativ viel. Die ganzen Inhalte dieses Word-Dokuments, das steht dann hier entsprechend als Zweignotiz drin. Hier natürlich immer durch Platzhaltertext dann auch entsprechend ersetzt. Das werde ich Ihnen noch zeigen, wie man das dann auch entsprechend aufbaut. Da kommen wir dann im Demo-Bereich dahin. So, die Concept Map. Was ist eine Concept Map? Werde ich sehr häufig gefragt. Da werden im Prinzip verschiedene Begriffe in Relation zueinander gestellt und daraus ergeben sich eben schon die Vorträge. Ich bin jetzt kein Neurobiologe und habe das auch nicht studiert. Ich denke, auch die meisten unserer Teilnehmer haben eben nicht Neurobiologie studiert. Trotzdem ist jeder von Ihnen bei dieser Map in der Lage, kurz eben zu sagen, was ist denn überhaupt die Neurobiologie? Das ergibt sich nämlich aus dieser Concept Map heraus. Die Neurobiologie behandelt, das ist die Relation, die Verarbeitung und Weiterleitung von Reizen im Nervensystem. Sie sehen, der Satz ergibt sich schon. Es wird einfach der Satz entsprechend visualisiert. Das Ganze ist sehr schön. Es hilft nämlich sehr schnell und einfach eben, Wissen aufzubereiten, zu dokumentieren. Das geht sehr schnell, sehr einfach, viel besser als beispielsweise in langen Texten. Und natürlich haben Sie hier auch die Möglichkeit, Links hinzuzufügen, zum Beispiel auf Wikipedia. Was ist eine Synapse? Und so weiter und so weiter. Eine, wie ich finde, geniale Art und Weise, eben Wissen auch zu dokumentieren. So, das war die Concept Map. Gucken wir uns noch kurz die Kreisdiagramme an. Hier ein Beispiel eines Venn-Diagramms, kennt man so aus der Mengenlehre. Und hier haben wir einfach drei Flächen, einmal Earned, Paid und Owned. Und hier in diesen drei Flächen stehen wiederum Zweige und die haben auch hier nochmal weitere Prioritäten. Ich komme dann noch in der Demo, in der 2x2-Matrix auch dazu, wie man diese entsprechend so aufbaut. Das ist jetzt hier einfach nur ein Beispiel. Und wo es die Überschneidungen gibt, also Paid Content Promotion, das ist zum Beispiel eine Schnittmenge von Paid und Owned, weil es eben hier in diesem Bereich steht. Und Influencers ist eben eine Schnittmenge zwischen Earned und Paid. So kann man solche Wenn-Diagramme aufbauen. So, Matrizen, Canvas-Boards, hier mal ein Beispiel, das Business-Modell Canvas abgewandelt. Auf ein Product-Market-Canvas, das habe ich nachgebaut, habe ich natürlich ein bisschen gegoogelt. Hier habe ich eben noch für ein Produkt und für einen Markt und hier kann man eben jetzt solche Sachen machen, wie unsere drei wichtigsten Probleme, unsere drei wichtigsten Lösungen oder solche Key-Metrics. Zu beachten ist, dass es hier eben noch diese Post-It-Zweige gibt. Das ist nichts anderes als ein Bild, was ich zu einer Zweigform gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke und einfach mal eine neue freie Anmerkung an Floating Topic eben hinzufüge, dann sieht das auch schon so aus wie eben so ein kleines Post-It. Auch das ist entsprechend möglich in MindManager zu machen und hier habe ich natürlich auch die Möglichkeit, weitere Unterzweige hinzuzufügen. Auch diese Map mit den Post-Its bekommen Sie an dieser Stelle. So, und jetzt kommen wir noch zu den zwei Navigations-Maps, die ich Ihnen zeigen möchte. Die kann ich Ihnen, wie gesagt, leider nicht weiterschicken, aus rechtlichen Gründen. Das eine ist eben unser Cockpit, was wir hier verwendet haben für dieses Spot-On-Event. Und da haben wir uns eben hier auch so eine schöne Map gebaut und hier sehen Sie auch eine Art Diagramm zu unseren Anwendungsbereichen, Projektplanung, Informations-, Wissensmanagement, Strategie- und Businessplanung und so weiter. Und die Ausgangssituation ist, wir haben ja viele hunderte von Maps, die wir zeigen können zu verschiedenen Fragen, zu verschiedenen Anwendungsbereichen. und da muss man sich durchnavigieren. Natürlich kann man das auch über den Datei-Explorer machen, aber mit einer Visualisierung ist das ein bisschen schöner. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal zum Thema Wissens- und Informationsmanagement eben was sagen möchte, dann kann ich hier einem Link folgen. Hier sind sogar zwei Links drin, einmal auf den Datei-Explorer oder einmal auf einen Bereich innerhalb dieser Map. Und der sieht dann so aus. Und hier sind dann die einzelnen Maps verlinkt, Prozessideenentwicklung, Star Wars und so weiter, Incident-Management, was man da hat. Und hier habe ich auch wieder einen Link zurück in meine Übersichts-Map, die entsprechend da ist. Und hier ist jetzt wieder die Übersichts-Map. Wie habe ich es gebaut? Ich zoome jetzt mal in dieser Map raus. Ich habe hier den Zoom-Slider. Ich benutze eher die Steuerungstaste und mein Mausrad. Und jetzt sehen Sie gleich, wie diese Map hier aussieht. Die ist nämlich entsprechend groß. Sie sehen, ich habe diese Anwendungsbereiche, habe ich hier auch sechs entsprechende Bereiche und habe dann immer so eine Art Concept-Map eben erstellt, ohne jetzt da verschiedene Begriffe in Relation zu setzen, sondern einfach verschiedene Dateien in Relation zu setzen. Und so sieht diese Map aus. Und wenn ich jetzt hier wieder rein zoome, wir können das gerade mal wieder auf 100% setzen, einfach anklicken und OK drücken und dann bin ich wieder da. Und dann habe ich einfach nichts anderes gemacht, als eben solche Zweige, die ich eben ohne Farbe, ohne Rand, ohne Text hier hingestellt habe. Die habe ich einfach nur miteinander verlinkt. Und auch so kann man etwas machen. So, das schließe ich wieder. Jetzt zeige ich Ihnen noch ein Kundenbeispiel, auch gebaut von einem Kunden. Ein bisschen anonymisiert habe ich es natürlich. Hier geht es darum, innerhalb von SharePoint wird eine sehr große Dateimenge Dokumenten verwaltet und häufig sind solche Intranets oder auch SharePoint ein Informationssilo, ein Datensilo. Unglaublich viel ist drin, nur man findet es nicht. Und hier ein Kunde von uns hat eben so ein Dashboard gebaut und hat dann verschiedene SharePoint-Sites, verschiedene Intranets-Sites miteinander verlinkt. Hier sind dann immer die entsprechenden Links entsprechend da. Und Sie sehen schon, da liegen immer noch weitere Maps dahinter, die dann auch wieder Datei-Links und Seiten-Links entsprechend tragen, um eben schnell zum Ziel zu kommen. Wie gesagt, diese Map darf ich Ihnen leider nicht schicken, aber ich denke mal, als Idee ist das ganz gut. Und hier ist einfach die Zeitersparnis da. Die Methodik, die dahinter liegt, nach spätestens zwei bis drei Klicks sollte jeder Mitarbeiter das gewünschte Dokument, die gewünschte Seite finden. Und dadurch ergibt sich eine Zeitersparnis, erst mal pro Suchvorgang nur von wenigen Sekunden. Wenn man das aber mal hochrechnet, wie oft diese Map bei dem Kunden angeklickt wird, ich glaube, das sind 2000 Klicks pro Tag, 20 Arbeitstage mal 12 Monate, dann kann man da schon auf einige Manntage kommen, die entsprechend durch die Zeitersparnis hier eben gemacht wird. So, das sind die Beispiele, die ich Ihnen gerne zeigen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Demo-Teil, den ich mit Ihnen machen möchte. Und da möchte ich anfangen, mit so einer 2x2-Matrix die mit Ihnen zu erstellen. Da habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet, gar nicht mal viel. Das ist einfach eine leere Map. Ich habe hier schon mal reingeschrieben, um was es geht, Applikationsbewertung. Ich habe also verschiedene Module oder Applikationen, die ich dann jetzt mit einer 2x2-Matrix bewerten möchte. Layout für das Hauptthema, das ist nämlich das Hauptthema, ist ganz einfach, wenn wir hier uns das mal anschauen. Layout, das ist ein Organigramm nach oben. Das habe ich auch ganz bewusst gewählt an dieser Stelle. So, und jetzt arbeiten wir damit. Das heißt, jetzt blende ich hier mir mein Menüband ein. Hier habe ich Einfügen und möchte meine 2x2-Matrix unter das Hauptthema hier entsprechend setzen. Und da fange ich jetzt erst mal damit an. Ja, diese 2x2-Matrix soll ein bisschen ausgerichtet werden. Da muss ich momentan erst mal mir noch von Hand Hilfslinien hier hinzufügen. Und dann nutze ich hier schon wieder die Formen. Im Menü Einfügen, Formen und baue jetzt hier erst mal eine vertikale Trennlinie rein, ungefähr so in die Mitte des Hauptthemas, ziehe sie einfach so nach unten, einfach entsprechend platziert. An dieser Linie möchte ich dann meine Formen, meine Matrix ausrichten. Jetzt brauche ich nicht nur die vertikale, sondern noch mal kurz die horizontale. Auch die ziehe ich mal so hier rein, so Pi mal Daumen ungefähr, einfach damit ich hier die entsprechende Matrix habe. Das allein könnte schon ein Diagramm sein, ich könnte jetzt hier schon entsprechend diese Bereiche bewerten. Das kennt man ja auch. Ich möchte jetzt hier noch mal ein bisschen weitergehen. Das sind für mich jetzt erst mal in diesem Moment reine Hilfslinien. Und jetzt gehe ich hin und baue mir meine Matrix auf. Dafür benutze ich hier Formen und füge jetzt ein Rechteck hinzu, ziehe das erst mal hier so grob auf, dass das jetzt so rot dargestellt wird. Das liegt einfach daran, das war das letzte Rechteck, was ich hier schon in der Vorbereitung mal reingezogen habe. Er merkt sich immer die Formatierung des letzten Rechtecks. Und deshalb ist das jetzt hier rot geworden. Aber ich kann hier gleich hingehen und kann sagen Objekt formatieren. Dann kriege ich hier eben das Hintergrundobjekt formatieren. Füllfarbe sage ich jetzt noch mal keine. So soll es eben sein. Und hier kann ich schon gleich die Dimensionen angeben, wie ich es haben möchte. Ich möchte eine Breite von 450 und eine Höhe von 350 hier eingeben und kann jetzt sagen Anwenden. Sieht das so aus. Und jetzt sehen Sie auch, warum ich diese Hilfslinien brauche, denn jetzt kann ich schön diesen Bereich ausrichten. Ich kann eben jetzt sagen, ich möchte dieses Objekt an dieser Linie ausrichten. Wichtig ist dabei die Reihenfolge, wie ich es markiere. Jetzt rechter Mausklick und hier habe ich jetzt die Möglichkeit auszurichten. Und hier kann ich schon mal sagen, linksbündig ausrichten. Und jetzt ist das linksbündig mit der Hilfslinie. Dasselbe machen wir jetzt noch mal mit der horizontalen Hilfslinie. Das heißt, ich möchte dieses Rechteck an der horizontalen und ich drücke jetzt hierbei die Steuerungstaste, damit ich sie beide markieren kann. Ausrichten, rechter Mausklick, ausrichten. Und jetzt kann ich hier schon sagen, unten ausrichten. Machen wir das Ganze noch mal. Also noch mal Formen und Rechteck. Und jetzt ziehe ich das hier noch mal auf. Hier habe ich das nächste Rechteck. Rechter Mausklick, Form formatieren. Gebe ich hier noch mal die Werte ein. 450 und 350. Dann habe ich es. Und jetzt kann ich das natürlich hier wieder ausrichten. Also das Objekt möchte ich jetzt an diesem Objekt ausrichten. Rechter Mausklick, ausrichten. Ich möchte es oben ausrichten. Und das Objekt möchte ich an dieser Linie entsprechend ausrichten. Und zwar rechtsbündig jetzt. Ich bin ja auch so ein naturbequemer Mensch. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht mehr diese Formen einzeln formatieren, sondern ich markiere sie, halte die Steuerungstaste gedrückt. Und mit Drag & Drop kann ich sie jetzt eben sehr schön auch kopieren. Sie sehen das, das kleine Pluszeichen an meinem Mauszeiger. Damit kopiere ich eben Inhalte. Jetzt habe ich hier noch mal diese Flächen, diese Rechtecke, habe ich jetzt zweimal mit Drag & Drop kopiert. kurz noch eben ausrichten, damit das alles einen Guck hat sozusagen. Die noch mal nach oben ausrichten. So, und jetzt könnte ich schon die Hilfslinien entsprechend löschen. Auch das oben ausrichten und das an dem eben auch noch mal ausrichten. Und zwar linksbündig. So, jetzt kann ich schon die Hilfslinien löschen. So sieht meine Matrix aus. Dann machen wir sie noch ein bisschen farbig. Ich gehe jetzt hier einfach in das Menü Entwurf. Und jetzt kann ich hier sagen, naja, das soll so der graue Bereich sein. Da möchte ich eigentlich anfangen. Das ist noch ohne Bewertung. Das heißt hier Füllfarbe. Mache ich jetzt einfach mal hier so ein Grau rein. Hier möchte ich jetzt eine Füllfarbe. Das soll eher dann mal bedeuten, das sind Dinge, die ich umsetzen will bei diesen Applikationen. Dann nehme ich mal hier dieses Grüne. Ja, das ist mir zu heftig. Also Grün 40. So. Das möchte ich nehmen. Hier möchte ich die Füllfarbe irgendwas Gelbes haben. Nehmen wir das da. Und da ist eben der Bereich von eben Modulen, Applikationen, die ich nicht realisieren werde. Das ist so dieser rote Bereich. Das sollte ich vielleicht noch mal festhalten, was es für Bereiche sind. Auch das möchte ich kurz noch machen. Also hier in diesem Bereich kann ich eben Dinge, Zweige platzieren, die noch keine Bewertung haben. Also in dem Fall möchte ich es eben ohne Bewertung haben. Einfach reinschreiben mit solchen Textboxen über Textfeld und entsprechend hier platzieren. Hier soll irgendwie die Must-Have-Module stehen. Sie können sich schon denken. Das haben Sie vielleicht schon der ein oder andere auch mal gesehen. Entschuldigung, dass ich mich hier immer mal wieder vertippe. Bin diese Tastatur nicht gewohnt. Und hier sollen Dinge sein, die noch zur Diskussion stehen. So, zur Diskussion. Und hier sind Dinge, die dann letztendlich Module, Applikationen, die out of Scope sind. Also die nicht realisiert werden in unserer Bewertung. So, Scope. Einfach reinschreiben. Das ist im Prinzip schon meine Matrix, wie ich sie brauche. Allerdings gibt es jetzt noch eine Sache, bevor ich jetzt damit arbeiten kann. Oder bevor ich damit arbeite. Ich empfehle Ihnen das ausdrücklich. Sie können diese Hintergrundobjekte sperren. Die kann ich jetzt einzeln selektieren. Rechter Mausklick. Sie sehen schon Sperren. Das wäre jetzt in großen, komplexen Diagrammen relativ viel Arbeit, die alle einzeln zu selektieren und zu sperren. Deshalb ein rechter Mausklick auf den Hintergrund. Und hier haben Sie die Möglichkeit, Hintergrund und alle Hintergrundobjekte sperren. Und jetzt sind die alle gesperrt. Hier kriegen Sie noch eine kleine Sperrinfo angezeigt. Das müssen Sie sich nicht durchlesen. Aber jetzt kann ich die nicht mehr anklicken. Sie sehen das. Ich kann hier nichts mehr markieren. Jetzt sind die eben gesperrt, so im Hintergrund. Wenn ich sie jetzt wieder entsperren muss, kann ich das genauso wiederum machen. Rechter Mausklick. Hintergrund. Alle Hintergrundobjekte entsperren. Beziehungsweise, wenn ich es ganz selektiv haben möchte, wenn ich nur eins eben entsperren möchte, kann ich das auch tun. In dem Index, Registerkarte Index, hier auf der rechten Seite oder Arbeitsbereich Index, finden Sie nicht nur unsere Map-Markierung mit Prioritäten, sondern hier finden Sie auch eben die Elemente in einer Map. Zum Beispiel Links, Angehängte Dateien, Notizen und so weiter. Und hier finden Sie auch die Hintergrundobjekte. Und hier kann ich die einzeln auch selektieren. Ich hoffe, Sie können das sehen. Was ich jetzt hier anklicke, das wird hier entsprechend auch ausgewählt. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, so ein Hintergrundobjekt gezielt zu entsperren, wenn ich eben nur einzeln entsperren möchte. Befindet sich, wie gesagt, im Map-Index unter Elemente und hier haben Sie eben die bekannten Markierungen. So, wie arbeitet man jetzt damit? Ich arbeite damit ganz einfach. Ich versuche mal hier meinen Dateiexplorer hier rüber zu ziehen. Das ist der Windows Dateiexplorer und hier sehen Sie schon eben jetzt diese Module, wie sie heißen, diese Applikationen, automatische Formularverarbeitung. Kann ich hier eben rein platzieren als Link, als Anhang. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle mal das als Zweig-Link. Und dann habe ich hier das entsprechende Modul. Und so kann ich hier eben meine Bewertung so vornehmen, wie ich es haben möchte. Das Besoldungsmanagement habe ich hier noch dazu, auch als Zweig-Link. So, und wenn man das eben so anordnet, dass man es hier vielleicht an dieser Stelle so immer hin und her schalten kann. Das E-Payment-Modul möchte ich hier auch haben, als Zweig-Link hinzufügen. So kann ich meine Modulbewertung hier entsprechend machen. Das habe ich schon mal vorbereitet in der nächsten Map. Die habe ich hier auch schon mal angehängt. So, nein, möchte ich nicht. Ja, ich habe sie verschoben, deshalb sind hier die Links jetzt nicht mehr da. Hätte ich vorher daran denken können, Sie haben gesehen, diese Links funktionieren. Was ich jetzt hier noch mal kurz zeigen möchte, das ist ja schon eben das Arbeiten mit diesen Hintergrundobjekten und mit freien Anmerkungen. Eine weitere Diagrammart, die wir haben, das sind wie gesagt noch mal verschiedene Sichtweisen. Und Sie sehen hier sind eben die Prioritäten gesetzt worden, bis auf eben das Rollen- und Rechte-Management. Das hat noch keine Priorität. Wir haben auch noch eine weitere Ansicht für Prioritäten. Deshalb wechsle ich in das Menü Ansicht. Und hier gibt es die Prioritäten-Ansicht. Und die schalte ich mir jetzt an, denn da werden die Inhalte meiner Map jetzt einfach noch mal tabellarisch in einem Tabellendiagramm dargestellt. Und hier sehen Sie jetzt auch das Rollen- und Rechte-Management. Und dem kann ich jetzt hier sehr einfach eben auch eine entsprechende Bewertung geben. Hier Priorität 2. Oder wenn ich jetzt sage, das Performance-Management ist doch ganz wichtig, Priorität 1. Sie sehen es, hier habe ich jetzt das Performance-Management. Haben die automatisch diese Markierungen übernommen? Ich habe hier noch weitere Optionen. Es gibt Webinare zu diesen Ansichten. Ich springe wieder zurück in die Map-Ansicht. Und Sie sehen, hier habe ich jetzt auch das Rollen- und Rechte-Management meiner Priorität 2 zugeordnet. Und das Performance-Management hat jetzt hier in dem Fall auch meine Priorität 1. Das heißt, Sie können verschiedene Sichtweisen mit verschiedenen Diagrammtypen, mit verschiedenen Funktionen auch kombinieren. So, die 2x2-Matrix, lassen Sie mich kurz noch mal schauen. Das haben wir. Natürlich habe ich hier auch jederzeit noch mal die Möglichkeit, auch an dieser Stelle noch mal zu filtern. Schnellfilter, Zweige mit dieser Markierung anzeigen. Und hier sehen Sie auch noch mal diesen Vorteil von diesem Abblenden. Mir bleibt meine Matrix erhalten. Mir bleiben jetzt auch die Priorität 2 Zweige erhalten. Ich sehe aber hier im Fokus jetzt alles nur die Priorität 1 und kann damit eben auch noch besser oder weiter arbeiten. So, machen wir alles zu. Gehen wir in das nächste Beispiel. Nein, möchte ich auch nicht speichern. Und komme jetzt hier zu freien Objekten und Layouts. Den Index machen wir auch mal zu. Und möchte jetzt hier an dieser Stelle mit Ihnen eben das klassische Layout. Das ist das Layout eben Zeitachse. Gar nicht viel neu formatiert. Zugegebenermaßen ein bisschen habe ich hier formatiert. Aber ich möchte hier eben jetzt dieses Layout verbinden mit einem Hintergrundobjekt. Und an dieser Stelle möchte ich das Hintergrundobjekt eben nutzen. Schwimmbahn. Und möchte hier einfach noch mal so eine weitere Gliederung, so eine weitere Struktur reinbringen. Schlicht und einfach. Das sind ja Beispielmaps. Die sind natürlich sehr einfach aufgebaut. Aber in der Realität sind solche Projektpläne häufig sehr groß. Und da kann es durchaus Sinn machen, hier noch mal verschiedene Gliederungen reinzubringen. Also, ich gehe wieder in mein Menü einfügen. Und hier habe ich eben die Schwimmbahn. Und jetzt möchte ich bitte schön eine vertikale Schwimmbahn hier einfügen. Einfach hier so drüber ziehen. Habe jetzt hier schon meine fünf Bahnen. Die möchte ich jetzt aber bitte schön nicht blau haben. Sondern jetzt möchte ich hier an dieser Stelle das Objekt noch mal formatieren. Und sagen, meine Füllfarbe soll jetzt eben schön keine sein. Die Linienfarbe lasse ich so anwenden. So sieht jetzt meine Schwimmbahn aus. Ich kann dieses Objekt hier auch noch mal entsprechend größer ziehen. Und ich kann hier auch noch mal die einzelnen Bahnbreiten hier entsprechend bestimmen. Auch das habe ich hier die Möglichkeit, um sowas eben entsprechend noch mal ein bisschen darzustellen. So machen wir das hier noch hier. Schieben wir uns die einzelnen Bahnen so hin, wie wir sie brauchen, dass die Zweige in den entsprechenden Bahnen stehen. Denn diese Bahnen, die stehen letztendlich hier jetzt noch mal für einen anderen Bereich. So. Die stehen noch mal für verschiedene Phasen vielleicht. Für eben die Initialierungsphase, für die Planungsphase, für eine Umsetzungsphase oder für die Projektauflösung. Das möchte ich hier noch mal weiterhin gliedern. Deshalb nehme ich jetzt noch mal eine Form. Die hat man schon gehabt. Das Rechteck. Einfach hier noch mal ein neues Rechteck aufziehen. Ungefähr so groß, wie es hier ist. So, machen wir das mal. Ich könnte jetzt hier natürlich auch die Werte sinnvollerweise übertragen von der Schwimmbahn. Habe das aber schon ganz gut mit der Maus getroffen. Richte das jetzt noch ein bisschen aus, das Objekt. Also ausrichten. Machen wir das mal linksbündig. Und noch mal ausrichten. Und machen wir das noch mal oben ausrichten. Und jetzt sehen Sie schon, jetzt stimmt das H genau überein. Dieses Rechteck färbe ich jetzt auch noch mal schnell ein. Objekt formatieren. Und sage jetzt hier einfach, es soll mal so blau werden. Anwenden. Und jetzt habe ich hier so einen blauen Bereich. Und setze es jetzt aber nach unten in den Hintergrund sozusagen. Oder in das unterste Level. Damit hier meine Schwimmbahnen hier weiterhin sichtbar sind. Das war nun noch mal so ein Hintergrundobjekt. Auch hier kann ich jetzt eben sehr schön meine Textfelder bearbeiten. Textbeschriftung ist schon weiß. Weil ich es natürlich schon mal durchgeplant habe. Also das ist meine Initiierungsphase. Initiierung. Einfach reinschreiben. Und schon haben wir das. Das ist dann hier das nächste. Ist eben die Planungsphase. Planung. Reinschreiben. Und als nächstes möchte ich hier eben die Umsetzung haben. Und als nächstes möchte ich dann hier vielleicht last but not least die Auflösung haben. Meines Projektes. So. Jetzt habe ich es auch reingeschrieben. Hier den Namen. Das schenke ich mir jetzt noch. Die könnte ich jetzt hier auch noch mal aneinander ausrichten. Natürlich ist das möglich. Also jetzt eben möchte ich es ausrichten an diesem und sage jetzt ausrichten und sage mittig ausrichten. Dann stehen die eben in der Mitte von diesem blauen Hintergrund. Ein andere Art der Diagramme, gerade wenn es um Aufgaben geht, die ein Start- und Enddatum haben. Und Sie sehen, hier sind ja jetzt eben Aufgaben. Projektanforderungen ist eine Aufgabe. Sie erkennen das an diesen Aufgabeninformationen. Das ist das sogenannte Gantt-Diagramm. Auch das ist ja integriert. Ich habe hier die Enterprise-Version. In der Single-User-Version ist das Gantt-Diagramm etwas abweichend. Aber jetzt zum Zeigen kann man das durchaus machen. Hier unten finden Sie auch schon diesen Button Gantt-Diagramm. Ansonsten diese ganzen Ansichten und verschiedenen, ja, oder die Ansichten finden Sie auch hier unter dem Menü Ansicht. Und hier steht dann auch entsprechend Gantt. Und auch hier werden jetzt noch mal die Inhalte dieser Map in einem Gantt-Diagramm dargestellt. Sie sehen, hier werden jetzt diese Aufgaben in dem bekannten Gantt-Diagramm dargestellt. Einmal hier hat man die Tabelle und die einzelnen Aufgaben werden auch hier in Balkenform dargestellt. Und diese Pfeile, das sind nichts anderes als Aufgabenabhängigkeiten, die ebenfalls dargestellt werden. Auch das bietet Ihnen Mindmanager an dieser Stelle. So, das Gantt-Diagramm habe ich wieder geschlossen. Ich möchte noch etwas anderes Ihnen zeigen. Denn das einfache, flexible Arbeiten mit Mindmanager, wenn ich jetzt eben hier mal noch sage, eine neue Aufgabe ist hinzugekommen. Schreiben wir das einfach rein. Neue Aufgabe. Wenn wir so richtig schreiben, Neuse wollen wir nicht, sondern das ist eine neue Aufgabe und die hat auch noch den Status Null. So, und es gibt natürlich auch immer wieder den Anwendungsfall, dass man vielleicht eine Aufgabe nicht mit einem Startdatum versieht, sondern nur mit einem Fälligkeitsdatum. Auch das kennt man ja. Und auch dafür haben wir mit Mindmanager 2018 nochmal so eine tabellarische Ansicht geschaffen, nämlich Zeitplan, wobei Zeitplan ein bisschen verwirrend ist. Da geht es jetzt nicht um Uhrzeiten, sondern eher um eine Kalenderansicht. Ich hätte hier Kalenderansicht auch besser gefunden. Ich schalte jetzt einfach mal um auf eben in dem Fall die Funktion Zeitplanansicht innerhalb dieser Map. Und so sieht die aus. Und hier sehen Sie jetzt all diese Aufgaben in meiner Zeitplanansicht angeordnet nach dem Fälligkeitsdatum. Und hier sehen Sie jetzt auch eben die neue Aufgabe, die ja noch gar kein Fälligkeitsdatum hatte und auch noch kein Startdatum hatte. Sie können hier auch einen Datumsbereich festlegen. Die Zeitskala habe ich mir jetzt hier nach Monaten angeordnet. Und auch Tage, Wochen, Jahre werden. Ich könnte mir es anzeigen lassen nach Startdatum. Ich habe hier nochmal weitere Optionen. Da gehe ich jetzt nicht mehr ein. Auch jeder Hinweis auf ein Webinar, Zeitplanansicht in Mindmanager, können Sie in unserer Webinararchiv nachlesen. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier ganz auch wieder mit Drag & Drop arbeiten. Wenn jetzt hier diese neue Aufgabe eben im Juli stattfinden soll, ziehe ich es einfach hier hinein. Und Sie sehen, er nimmt dann den erstmöglichsten Termin. In dem Fall ist es der zweite, siebte, weil der erste, siebte ist ein Sonntag. Schauen wir es uns an. Hier in der Map sieht das wieder so aus. Und diese Aufgabe, diese neue Aufgabe, die kann eben nicht in Gantt-Diagramm angezeigt werden, weil da die Aufgaben als Balken dargestellt werden. Und der Balken braucht einen Start und ein Ende. Und ich habe ja hier nur ein Ende. Und da haben wir eben die Möglichkeit, hier in dieser kleinen Map ganz viele Diagrammtypen, Schwimmbanddiagramm, Zeitachsendiagramm, Gantt-Diagramm und eine tabellarische Zeitplanansicht oder Kalenderansicht hier in dieser kleinen Map zu zeigen. So, kurzer Blick auf die Uhr. Hier, bisschen Gas geben. Auch diese Map bekommen Sie selbstverständlich. Ich möchte jetzt zu dem nächsten Punkt und das ist etwas, was sehr viele sehr schön finden. Ich zeige Ihnen hier an dieser Map so eine kleine Kombination von verschiedenen Layouts. Sie sehen hier auch wieder das klassische Schwimmbanddiagramm. Ganz einfach dargestellt, so ein Prozess. Kann das hier auch jederzeit jetzt noch ergänzen. Das heißt, hier kann ich jetzt jederzeit noch so einen Schritt hinzufügen. Das möchte ich jetzt hier aber gar nicht großartig tun. Denn wie sieht das bei Ihnen aus mit Ihren Prozessen? Häufig haben Sie ein Word-Dokument mit eben verschiedenen Prozessdefinitionen. Zum Beispiel, was muss denn hier bei der Prüfung dieser Bestellung eben beachtet werden? Das ist definiert häufig in Textdokumenten in einem Word-Dokument. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Hier ist mein Word. Geht's auf? Da geht's auf? So sieht das Word-Dokument dazu aus. Hier ist also hier vorbereitet, Prüfung der Bestellung und was hier im Einzelnen geprüft wird. Also der Name des Bestellers, die Anschrift, gibt es eine Lieferanschrift und noch Kreditkartenanforderung. Ein Word-Dokument ist hierarchisch aufgebaut. Da haben wir häufig eben so etwas, das ist hier Kapitel 1, Prüfung der Bestellung. Und diese Teile, Name, Anschrift, Lieferanschrift, sind sozusagen relevant zu eben Prüfung der Bestellung. Hier haben wir in Word-Dokumenten klare Hierarchien. Ich mache das hier nochmal zu. In einem Flussdiagramm, da haben wir nicht in dem Sinn die Hierarchie. Wenn ich hier so einen Zweig eben lösche, dann funktioniert mein Fluss nicht. Aber von der Ebene her läuft das alles auf einer Ebene. Deshalb hier auch der grüne Modus, der eben diese Einebenen-Darstellung verdeutlichen soll. Und die hierarchische Darstellung, die haben wir jetzt in der klassischen Mindmap im Organigramm in der Zeitachse. Das ist der blaue Modus. Und jetzt möchte ich eben diese verschiedene Modi, diese Layout-Modi eben kombinieren. Sie erinnern sich an dieses Incident-Management, an diese Prozessdarstellung. Das ist genau dieser Anwendungsfall. Wie mache ich das? Ich füge jetzt hier einfach an eine freie Fläche, in dem Fall natürlich hier, nochmal einen neuen Zweig da hinzu. Und hier geht es jetzt um die Definition meiner Prozessschritte. Also schreibe ich rein Definitionen. Das ist mein Zweig, so sieht er aus. Das ist jetzt wiederum der grüne Modus. Das heißt, hier könnte ich jetzt noch eben neue Zweige, neue Fluss-Diagramm-Zweige hinzufügen. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier in diesem Definitionsbereich jetzt eben die Möglichkeit haben, wieder Hierarchien aufzubauen. Deshalb muss ich das Layout dieses Zweiges wechseln. Hier wieder der rechte Mausklick auf mein Kontextmenü. Alternativ gibt es das auch in dem Menü Entwurf. Hier gibt es den Button Layout. Und hier sehen Sie jetzt die möglichen Layouts, die Ihnen mein Manager bietet. Fluss-Diagramm ist das momentan ausgewählte. Ich sage jetzt hier Map anpassen. Und jetzt habe ich hier diesen entsprechenden blauen, das blaue Layout kann jetzt hier eben mit meinen Tasten, mit meinen Tastenkombinationen, Steuerung, Return, füge ich Unterzweige hinzu. So sieht das aus. Jetzt kann ich hier schon wieder mit Copy und Paste und dem Word-Dokument entsprechend arbeiten. Das möchte ich jetzt nicht, sondern ich bin ja wie gesagt ein bequemer Mensch. Ich nutze Funktionalitäten ganz gerne. Ich habe ja jetzt hier schon in meinem Word-Dokument eben genau diese Hierarchien, diese Definitionen, die ich brauche. Deshalb gehe ich jetzt einfach hier hin und kopiere mir oder markiere mir den Inhalt des gesamten Word-Dokuments, indem ich hier reinklicke und Steuerung A drücke. Jetzt ist alles markiert. Ist auch nur eine Seite. Und jetzt gibt es in Word eben die Möglichkeit, das nach Mindmanager zu senden. Das ist ein Add-in für Microsoft Word in dem Fall, dass die Inhalte dieses Word-Dokuments nach Mindmanager überträgt. Wichtig dabei, bevor ich es jetzt auslöse, hier der Inhalt soll als Unterzweig zu meinen Zweigdefinitionen übertragen werden. So, einmal markieren, was ich übertragen will. Mit Steuerung A können Sie alles markieren und jetzt nach Mindmanager senden. Und jetzt geht hier gleich so ein kleiner Prozess los. So, jetzt ist es schon an und nach Mindmanager gesendet. Schauen wir uns das Ergebnis an. Und hier habe ich die komplette Struktur, so wie in meinem Word-Dokument dargestellt. Die Definition, Prüfen der Bestellung und hier habe ich jetzt eben, was geprüft werden soll. Der Name, die Anschrift und so weiter. Und hier habe ich eben schon den Standardtext. Das wird eben so dargestellt als eben entsprechend Notiz. Wie funktioniert es? Kurz noch darauf eingehend. Wir nutzen dazu die sogenannten Formatvorlagen, die es in Word gibt. Das ist die Formatvorlage Überschrift 1. Sie sehen das schon. Das ist einfach eine Hierarchiestufe. Und hier wird halt entsprechend formatiert. Verantwortlich ist der Vertrieb, ist wieder Standardtext. Und hier der nächste Zweigname ist Formatvorlage Überschrift 2. Und indem ich jetzt eben sage, Überschrift 2 ist unter Überschrift 1, habe ich schon eine Hierarchie gemacht. Das heißt, das Name, Anschrift, Lieferanschrift, Kreditkarte wird alles unter Prüfung der Bestellung gemacht. Produktanforderung ist meine nächste Definition. Lieferant, Kundennummer und Lieferkondition. So kann man sich solche Strukturen aufbauen mit diesen Formatvorlagen und kann das dann in Mindmanager integrieren. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Jetzt machen wir hier draußen noch gleich mal eine Checkliste. Das heißt, es soll jetzt geprüft werden, Name, Anschrift, Lieferanschrift und Kreditkarte. Dafür können wir eben sehr schön gleich wieder Symbole verwenden. Rechter Mausklick auf mein Index. Und hier habe ich schon den Statussymbol. Das ist alles nicht fertig. So schnell habe ich das hier hinzugefügt. Kann ich auch natürlich nochmal an anderer Stelle machen. So, ja, nehmen wir den da noch und den da noch. Kann das auch über das Menü Aufgabe machen und sage jetzt hier einfach Status hinzufügen. Das ist alles nicht fertig. Jetzt habe ich hier im Prinzip einfach einen Status hinzugefügt, ob es fertig ist, ob ich das geprüft habe oder nicht. Und es gibt ja in Mindmanager noch eine weitere Funktionalität, eben, dass ich hier sozusagen auch sagen kann, wenn alle diese Unterzweige erledigt sind, dann soll auch dieser Zweig erledigt sein, beziehungsweise dieser Zweig erledigt sein und dieser Zweig erledigt sein. Nennt sich bei uns Aufgabeninfo bis hierhin aufrollen, Roll-up-Task, Sammelvorgang erstellen. Und das funktioniert dann genau so, dass dann automatisch, wenn ich jetzt hier all diese Zweige jetzt mal kurz auf Fertig setze, wird das entsprechend grün. Also auch hier nochmal so eine kleine Visualisierung, ohne jegliche Aufgabeninformation, außer mit dem Status. Hilft eben, um mehrere oder um solche Checklisten, solche einfachen Checklisten zu erstellen. So, jetzt möchte ich nochmal eben die Verbindung zwischen meinem Flussdiagramm, zwischen meinem Prozess, Bestellung korrekt, und Prüfung der Bestellung, zwischen der Checkliste eben auch herstellen. Das geht auch relativ einfach. Dafür gehe ich, sorry für das Scrollen, da bin ich auf das Mausrad gekommen, dafür markiere ich diesen Zweig und jetzt gehe ich einfach hin und nutze STRG-C, also einmal diesen Zweig kopieren mit STRG-C bitte. Dieser Zweig ist die Definition von diesem Knoten, von diesem Prozessschritt. Da möchte ich jetzt die Verlinkung hinzufügen, auch hier wieder der rechte Mausklick. Und jetzt gibt es hier eben das Menü Einfügen, bitte nicht STRG-V drücken, sondern hier das Dropdown gehen und eben sagen Link einfügen. Und jetzt habe ich hier diesen Zweig-Link erzeugt. Sie sehen es, klicke hier nochmal drauf und dann springt er gleich hier hin. Funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, also hier auch nochmal STRG-C drücken und hier hingehen, wo man diesen Link haben möchte. Also rechter Mausklick, hier wird es jetzt über das Kontextmenü gehen, Einfügen und hier habe ich auch die Möglichkeit Link einfügen. Können wir auch nochmal mit allen entsprechend durchmachen. STRG-C, Produkt anfordern, das ist dieser Bereich hier. Rechter Mausklick, Einfügen, Link einfügen. Diesen Zweig, STRG-C, in beide Richtungen habe ich das dann immer ganz gern. Rechter Mausklick, Einfügen und Link einfügen. Und last but not least haben wir noch die Kommissionierung und Versand. Also hier STRG-C, rechter Mausklick, Einfügen und Link einfügen. Einfügen und auch das nochmal, STRG-C und hier hingehen und rechter Mausklick, wiederum das Einfügen und Link einfügen. Und jetzt habe ich hier diese Verlinkungen entsprechend hingemacht und kann mich hier so eben durchnavigieren. Kann jetzt hier natürlich auch nochmal das Layout ändern, damit ich das hier auf einen Bildschirm bekomme. Rechter Mausklick, Layout, ändern wir das kurz nochmal auf eine Baumstruktur. Das bietet sich jetzt hier gerade an, weil es relativ überschaubar ist. Mit den Pfeiltasten ziehe ich das jetzt hier gerade hoch und jetzt haben wir hier unsere Definition. Könnte jetzt hier entsprechend weitergehen. Kann jetzt hier auch noch sagen, über das Menü Datei exportieren in eine interaktive HTML5-Map. Kann die HTML-Datei dann auf Webseiten und ähnliches einbinden. Die Links bleiben Ihnen enthalten. Ebenso wie die Definition, was muss hier geprüft werden und so weiter. in diesem entsprechenden Fenster. So, das war im Prinzip der Demo-Bereich. Wie gesagt, diese ganzen Maps und Dateien bekommen Sie natürlich. Ich möchte kurz nochmal eine kleine Zusammenfassung geben und dann wende ich mich diesen Fragen zu. Steven, du nickst auch schon, was die Fragen angeht. Vielleicht nochmal kurz ein paar Tipps, die ich Ihnen hier auch nochmal hineingeschrieben habe. Also, ja, als erstes, was wir gesehen haben bei dieser 2x2-Matrix, diese Hintergrundobjektlinie. Das können Sie sehr schön nutzen als Hilfsmittel zum Ausrichten von verschiedenen Objekten, auch von Zweigen. Die können Sie da entsprechend ausrichten oder Zweigen oder freien Anmerkungen, freie Floating Topics. Wichtig ist auch an dieser Stelle das sogenannte Zweig-Kontext-Menü. Das ist Ihr bester Freund, nicht nur bei Diagrammen, sondern eigentlich, wenn Sie mit MindManager an sich arbeiten. Zweig-Kontext-Menü, rechter Mausklick auf einen Zweig und dann haben Sie hier das Zweig-Kontext-Menü. Und ganz wichtig, häufig ist eben Zweig-Formatieren. Schauen wir uns das an. Auch hier haben Sie nochmal die Möglichkeit, eben diesen Zweig, die Darstellung eines solchen Zweiges, eben zu ändern, auf verschiedene Arten und Weisen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Unterzweige, auch nochmal hier das Layout zu bestimmen, Map, Baum, Organigramm und so weiter. Und ganz wichtig, Sie können dann diese Formatierung, dieses Design für diesen Zweig als Standard für diese Map speichern. Das ist ein ganz wichtiger Button, damit Sie nicht jedes Mal neu formatieren müssen, sondern dass alle neuen Zweige eben diesem Design entsprechend entsprechen. Auch das Umschalten von Layouts über das sogenannte Zweig-Kontext-Menü funktioniert auch so. Hier sehen Sie jetzt eben diesen Button Layout. Und hier kann ich jederzeit sagen, ich möchte nochmal die Unterzweige umschalten auf eben Baum oder Organigramm. Und was ich auch erwähnt hatte, das war das Thema Hintergrundobjekte sperren. Hier in dieser Map gibt es ein Hintergrundobjekt, das ist dieser blaue Kreis. Auch hier rechter Mausklick sperren, dann kann ich es eben sperren und dann kann ich es auch nicht mehr verschieben. Auch das ist nochmal wichtig an dieser Stelle. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich danke Ihnen für die Zeit und für die Aufmerksamkeit und probieren Sie es einfach aus und sage jetzt hier Tschüss aus Alzenau. Steven, du möchtest auch noch was sagen? Ja, Jan, vielen Dank. Super Webinar. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie teilgenommen haben. Und ich wünsche Ihnen von meiner Seite auch noch einen schönen Tag und sage jetzt auch einfach nur Tschüss. 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 You know it would be great. The quarter's coming to a close, so please don't hesitate. Place your order right away. There's no need to wait. And take... The quarter's coming to a close, so please don't cheat.